ach wir müssen da nach rechts jetzt siegt er sagt es einfach gut das ist schwerer als es aussieht was ist denn du springen wir oder springen wir nur hängen wir hier wie so ein schluck wasser ich gehe mal davon aus dass wir schwingen müssen und dann da unten wieder den haken schmeißen müssen jetzt schwinge ich bestimmt zu doll und wir springen drüber weg mein arm mit herz ja es war auch total einfach okay dann machen wir uns dort mal fest dann springen wir da mal runter krass oder sehr sehr cool und wir müssen uns dort denke ich anhangeln okay okay Äh? Achso, wir müssen uns fallen lassen. Boah, meine Güte. Da haben sie ja auch nochmal was rausziehen lassen, hier, wa? Dass du das nochmal, nochmal ein bisschen Abwechslung dazu kriegst. Auch diese Ferne, wa? Diese Perspektive, wie sie rausgegangen sind. Jetzt gleich diese Drehung zum Schiff runter. Sehr cool. Vor allem ist das Schiff so geil erhalten. Ja, mit diesem, wie das ist mit dem Gold hier? Oh, scheiße. Das war viel zu knapp. Ja, warte. Die können wir fast in den Hosen gemacht, Mann. Goldig. Goldig. Goldig die Gold. Das ist wohl mein Weg runter. Das ist der Weg. Hm. So was mag ich ja, wenn ich nicht sehe, wo ich hin geht. Du bist du nicht. Oh, oh. Oh, oh. kommt man hätte sich da war er man hin da sind wir hergekommen oder wo die hülle ist hier drüben steht eine stehende vase oder so was wir können ja mal hier hoch vielleicht sitzt ja wieder irgendwo ein pirat ne dürfte ja keinen piraten mehr geben außer apiary oder und der andere knaller schöne körper der glück gehabt dass er in den kopf gestoßen hat gerade da jetzt lang mal da ist jetzt hier lang weil hier ist eine hülle was ist jetzt wieder der richtige wie ich aha hey hallöchen ehla meine liebe na geht's wunderschön freiter abend wünsche ich dir wir warten schon mal hier noch mal hoch hallo wir sind da eben hier hochkommen doch nicht doch da war was außer hier ist eine goldene wand die glitzert gold und hier sagt doch um aber buntet in der begeistert er ist ein kistchen ihr schergen sagte wie geht's dir wie ist der frau ach nee das ist die letzte mal gut wenn wir uns beeilen holen wie die anderen noch ja klar dankeschön für klug ich freue mich dass du weiter dabei willst hallöchen mach den wunderschönen freitag abend noch her ja wir sind fertig wir sind fertig die meisten meiner männer sind tot und wer noch lebt ist abgehauen siehst du das da das ende ist buchstäblich in sicht dein wahnsinniger pirat hat die gesamte höhle vermied ich setze keinen fuß auf sein schiff Nadine wenn du hier und jetzt abhaust war der tod all deiner männer alles was wir getan haben umsonst wir haben hier gold im wert von millionen das und lebendig zu sein reicht mir noch ja noch kein wunder dass dir die männer abhauen wie bitte wir stehen kurz davor geschichte zu schreiben und du gibst dich mit einem almosen zufrieden einem bruchteil von dem was sam auf dem schiff erwartet wenn er es lebend von diesem schiff hinunterschafft kann er es haben dann hat er sich verdient ganz im gegensatz zu dir es war mir so klar dass sie jetzt ihn geschossen kriegt jetzt hör zu wir können den ganzen tag lang hier stehen und uns beleidigen oder wir beenden das was wir wir werden es beenden oh oh gekauft gekauft die hat ja krassere arm als er mit söldnern ist das so nadine ihre loyalität ist käuflich und nicht verdient und jetzt kommt entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier lasst uns geschichte schreiben braves mädchen bleibt ihr ist ja nicht viel übrig geblieben war direkt geld regiert die welt ja aber geld allein macht nicht glücklich sollte man immer dahinter schreiben hat namenloser begrüßt mich was macht er denn jetzt wieder das ende eines diebels heißt das jetzt dass dass wir im grunde nur noch vier personen haben die uns jetzt gegenüberstehen also die bin söldner die kofronen und verdienen und der andere spacken oder also in anführungsstrichen müsste das so sein allerdings wird es nicht so sein wahrscheinlich ist das komplette schiff da hinten belagert von den herrschaften ja 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 ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig bitte beruhigen sie sich ja 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 Okay, wahrscheinlich sollte man an der Stelle eigentlich nicht brauchen, aber ist okay. Das Schöne ist, dass sie für mich jetzt ein Loch in den Rumpf geschossen haben. Die Frage ist, ist hier jetzt noch was zu finden im Wasser oder nicht? Okay, also die Wasseroberfläche von Unterwasser haben sie gerade ein bisschen rufen. Natürlich Schorlein, wer denn sonst? Wer sonst? Rinder! Rinder! Oh ja, heik ja richtig, heik ja richtig. Ernst, der Kahn ist voll mit Schorlein und er ruft es, Sam! Es qualmt da unten, ein wenig. Hast du mal ein paar Schätze? Schätze können? Krass. Der Wahnsinn. Ach! Ach! Ja, jetzt habe ich eine Illusion. Alles klar, okay. Okay, es leuchtet vor mir fast. Aber gut, lassen wir mal. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Krass. Sam! Hey, Nate. Wo ist Sam? Oh, er ist da. What? Sam! Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Ja. Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Bruder liegend so. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen? Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheißig. Geh darüber. Aber du und dein Bruder. Ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich aus... Ach, er war großzügig zu uns. Hab ich das irgendwie verpasst? Tada! Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Den Arschi kniffen, mein Lieber. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich... ...gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine. Hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klären's auf. Das sind Avery und Two. Ja. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Hier! Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lass euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine? Warte. Leb wohl, Raven. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Und sie ist von dem Schatz nicht besessen? Nee, sie wollte ja da nicht hin zu dem Schiff, ne? Mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Boah, ist das dein Ernst jetzt? Mach jetzt nicht so eine Sachen. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate, halt die Klappe! Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan, Drake lief mit einem Verrückten in seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan, Drake entdeckte eine verlorene Stadt, in der Ruf Al-Kali wüsste. Verflut. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan, Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Oh. Komm schon, Drake. Hör auf! Nathan, Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit. Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich habe gedacht, ich kann mir jetzt unswert nehmen, aber es scheint nicht gut. Ich habe nicht gewahr, mir aus dem Weg zu gehen. Okay. Okay. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden und das lasse ich mir nicht von... Zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. En garde, du Penner. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja. Sie sieht nicht. Der Spitze zusteckt, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Oh, das wird sicher lustig. Ich bin nicht. Was ist das, Nate? Ach, was ist das, Nate? Ja, alte Taste. Jetzt kommen wir der Sache näher. Der stimmt nicht mit dir. Ja, so ein jetzt wahrscheinlich. Verdammt, scheiß. Mach dir so eine Sache. Komm hoch konzentriert. Schlitz in den Bauch. Gabel, piercing bitte. Komm schon, Nate. No. Alter, was ist mit ihm nicht korrekt, Junge? Ja, los. Oh. 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 Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Oh. Nee, nicht ganz so. Ist nicht du, mein Bester. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größen wahr. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Ja. Er spricht von sich. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan. Nathan! Du weißt ja nicht, weil man aufgibt, hm? Das ist gut. Ich will nichts geschickt. Ich habe schon immer alles auf einem verdoppelten Silbertablett serviert. Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz rafen? Er gehört dir. Da ist er mal platt. Um Schatz. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's dabei. Jetzt mach keinen Blödsinn, dass der nochmal wegsämmt. Der Bruder ist schon einen guten Namen für sich. Die Handlung ist immer ein guter. Hör mir zu. Hör mir zu. Hör mir zu. Alles was ich hier wollte war mit dir diesen Schatz zu finden. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nee, du bleibst nicht zurück. Du musst dir weg. Du musst dir weg. Du musst dir weg. Du musst dir weg. Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du's geschafft hast. In der ganze Land, fliegt gleich in die Luft. Das ist es! Was willst du da? Vertraue mir! Sehr gut. Halt den Kopf und... Das ist nicht schlecht. Scheiße! Alter! Scheiße! Ach du Scheiße, jetzt kommen die Klamotten ohne runter. Wer schwimmt denn hinten? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Komm! Bist du okay? Ah! Hey Sully, ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Krass! Mega krass! Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Kürzel mit dem Wasser und so ein Bequem-Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Auf jeden Fall. Wir müssen über so einige Tränen wieder. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, hey, hey. Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Hasengeschichte. Wie war dein Künstlername? Ich habe keine blasse Haut, das ist die Beleuchtung. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Wir machen das wie gute Freunde. Familie! Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Der ist denn hier blass. Ich komme gleich nach. Ja. Der ist mit der Qualm. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber... Nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last... Warum geht's nicht? Warum geht's nicht? Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur... Nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden. Stattdessen habe ich... irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie... Aufregend das nächste Abenteuer sein wird... Am Ende... Verstehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Ja. Kennen wir ja. Entscheiden, was man behält... Und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem... Hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, äh... Unser Taxi ist da. Gut, gut. Hört sich an wie meine Hupe. Wir haben's... weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Nee, die Dame ist mit meiner Beleuchtung nicht verbunden. Hast du Feuer? Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an, hm? Hm? Hm. Geschäfte, meine Qualen. Also, bevor ich hier reingezogen wurde, hab ich an einer Art, äh, Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh... Mit den Leuten ja. Könnte sein. der Salvin. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Okay. Ich weiß schon nicht. Das muss man wissen. Ach so, ja klar. In dem Sinne, dass man... Vielen Dank.